Der Nationalpark rund um den chinesischen Tianmenberg ist ein beliebtes Touristenziel. Seit rund einem Jahr ist die Landschaft um eine Attraktion reicher. Durch eine verglaste Brücke können Besucher 1400 Meter in die Tiefe blicken. Auch für Hartgesottene eine beachtliche Höhe. Der Walk of Faith, zu deutsch der Weg des Vertrauens, führt an einer Felswand entlang. Die Besucher kommen offensichtlich an ihre Grenzen. Vergangenes Jahr ließ ein Besucher auf einer ähnlichen Brücke im Yontai-Nationalpark einen Thermobecher fallen. Dabei zersplitterte eine von drei Glasschichten. Unter den Besuchern brach Panik aus. Eine Gefahr für die Menschen bestand jedoch nicht.